Ich darf vorstellen, euer Champion. Boah, der hat nun Dreck. Warum redet du dich nicht mehr? Also ich höre ihn nicht mehr. Ich bin schon die ganze Zeit nicht, deswegen habe ich noch vorhin schon eine Granate geworfen. Den hier oben hab ich gekillt. Ne, den hab ich schon gekillt, den hab ich schon gekillt. Wo bist du? Ich weiß nicht, wo du bist. Boah, der hat 10 AP oder so. Kommt mir jetzt und finischt mich. Direkt hier. Eins, zwei, und letzter Schlag tot. Letzter, der selbst. Ja, der nimmt sich gerade Sachen raus. Komm, 1. 2. 1. 2. 2. Alter, nimm dir echt meinen Abzweichern, ok? Ja, ja, ja. Ich hab keine Ahnung warum ich will ihn nicht hören. Ich bin jetzt gleich zu mir rüber, hau ab. Ich geh mal kurz aus dem Partychat raus und komm wieder rein, vielleicht hör ich will ihn dann. Willi, jetzt hör ich, jetzt hör ich ihn wieder. Wir machen das eh nicht so Spaß, ich kann dieses scheiß bauen nicht. Ja, wir bauen Rüben. Ja, ja, ich, ich, Willi wir bauen eigentlich schon sehr häufig. Boah, ich hab 400, äh, Ding. Ich stelle mir jetzt was hibisches her. Boah, ne, die Skins von Bullard Town sind so östlich. Wer gegen wen? Wer gegen wen? Also was? Habt ihr euch auf euer Ende? Ich bin bereit für mein Ende. Habt ihr euch auf euer Ende vorbereitet? Ich schon. Ja, und wir haben gemeint, wir machen was 2 gegen 2 oder wir machen halt Team gegen andere. Aber das Problem ist, wenn wir jetzt gegen andere ist Fortnite-Spiel, wir haben gar keine Chance, dass wir hier sind. Ja. Also ehrlich, ich bin dann, lass uns privat spielen, zu viert, so gegeneinander. Macht halt mehr Bock, dann. Ich mach über Bock, Alter. Dann stimme ich Fortnite. Fuck. Wir stimmen gar nichts. Ich bekomme jetzt damit kein Geld, außer dem man spendet. Oder ich bekomme viele Aufrufe. Ja, wähle, dann spend halt mal. Ich bekomme jetzt damit kein Geld, außer dem man spendet. Oder ich bekomme viel Aufrufe. Ich bekomme jetzt damit kein Geld, außer dem man spendet. Oder ich bekomme viele Aufrufe. Ja, euch hört man nicht. Es ist alles gut. Wir können ja eben so schlafen, was wir nicht leisten. Ah, okay, das dauert noch eine Stunde, Alter. Wenn wir nicht werden, der ist auch dann zum Schlussvergift. Ja, eben. Also, wir könnten dann machen, zwei gegen zwei. Oder wir machen, ähm, alle gegen alle. Ja, auf jeden Fall. Nur dann darf ich und Willi nicht in dem Team sein. Okay, ja, wir beiden Brüder gegen euch beide. So richtig unfair, weißt du? Ich muss sagen, vom Bauen her bin ich glaube ich der Beste von uns. Ihr und ich will uns zu seinem heutigen Mal. Und vom Eng besser als... Mit dem haben wir gestern gespielt? Evo. Und mit Willi auf einer eben. Kann man sagen? Wie du... Du hattest maximal zehn Kills mehr als ich. Fortnite. Ja, ich hatte irgendwas mit 60. Das ist euer Champion. Ja, wie gesagt, irgendwas mit 60. Vielleicht hatte ich auch 69. Oh, danke. Links. Ich schlage vor, wir landen hier. Ich geh in das Großhaus. Wir springen ab. 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 Alle verstanden. Wir sind fein. Ups. Entschuldigung. Ich geh mal nach Sehen. Roger. eins kostet sich mit übrigens ne ich kann ihn zuerst aber ein hab ich nein der ist 1 ap aber ich habe keine muni mehr fick ihn doch ja die haben ihn auch schade wir wussten dass es so endet das war richtig low von mir einer wurde gerade aufgehoben einer ist low aber die eine bleibt gleich hoch nur noch einer ne ja ihr habt beide habt einen einer liebt noch passt auf die 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 dann holt mich schnell dann ab zum tresor ich brauch nur im homilisch nur schnell eine waffe raus und dann komme ich okay waren denn gleich noch nicht mit dem waffen drin ok p20 ja das ist ne diegel und der habe ich gerade noch paar geile headers verteilt ich habe keine nie mehr ich habe fünf alternator schuss und 7g7 wir haben nur eine minute und der ring ist direkt ich lasse mich das hau ich dann nehme ich mir die triple tag mit weil ich habe keine muni der ring ist in der nähe ich höre langsam langsam wird es besser vorher konnte ich nicht drücken ich hatte mit krank und schneiden da ist der zug gucken sie wieder zurück eine halbe minute ein ist nah hat jemand gleich den muni so zehn schuss oder so fast geschafft wir sind in der nähe des rings so kam 20 schuss leicht oder sowas und dann schießt ich habe dich wohnen du bist genau in der sache ja aber wir müssen halt an den gegnern vorbei ist die sache wir gehen noch kurz ins haus an ok ja muni hat sich gelohm ja ja ich komme schon ich ziehe wurde gesichtet werde verschaffen euer ich bin auf den Bein gesichtet nur wir beide wegen der und krass oben wer ila ist das normal bei dir weil er spielt halt gerade mehr deswegen dauert es länger. Am besten ist es, wenn man die Playstation auf Ruhemodus macht, halt nicht voll schnell. Das mache ich immer so. Ja. Ich habe heute geile Hotdogs gegessen, ich habe Lust auf mehr Hotdogs. Boah, Käsespitze, lecker.